Hallo, willkommen bei Velco TV. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Liga B-Light 500 zur präsentieren. Eine bequeme Kosmetik-Liga, stabil und vielseitig, mit einem exklusiven und innovativen Design. Diese wurde bei Velco entworfen, um alle Bedürfnisse der Profis zu erfüllen. Diese verfügt über vier Motoren, um die Höhe, die Rückenlehne, Beinteil und Sitzneigung zu regulieren. Wir können die Liga komplett waagerecht stellen und mit der Sitzneigung können wir die Liga in Trendernemburg-Position stellen. Mit der Handfernbedienung kann man die Bewegungen der Liga verstellen. Diese wird serienmässig geliefert und als Option kann man eine Fußfernbedienung bestellen. Die Möglichkeit zu bieten, die Liga zu ihren Bedürfnissen anzupassen, ist eins von unseren Zielen. Mit unserem neuen und einzigartigen System von höchster Stabilität hat die Liga keine Schwankung. Daher sind sowohl die liegende als auch die Trendernemburg-Positionen sehr sicher, auch in der maximalen Neigung. Das Kopfteil ist abnehmbar und verfügt über einen Gesichtsausschnitt, was uns erlaubt nicht nur auf dem Rücken zu arbeiten, sondern auch mit dem Kunde liegen auf dem Bauch. Das Fußteil ist auch ausziehbar. Die abklappbaren Armstütze vereinfachen den Anstieg der Patienten von der Seite der Liga. Diese sind abnehmbar, austauschbar und wenn man auf der Liga auf dem Bauch liegt, kann man gemütlich die Arme drauflegen. Hochwertige PU-Polsterung, sehr angenehm beim Anrühren. Die Matratze hat eine Dicke von 10 cm und eine Dichte von 30 kg pro Kubikmeter. Das enge Gestellte hat ein LED-Licht, welches ihr Studio einen Hauch von Persönlichkeit verleiht. Sie verfügt eine Taste, um das Licht ein- und auszuschalten. Diese befindet sich am Gestell der Liga. Man kann sitzen, arbeiten, sehr nah am Patienten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unsere Social Media Kanäle und geben Sie uns Ihr Like. Für weitere Informationen können Sie unsere Webseite besuchen. 11,3,2,1,2,4,3,3,3,4,5, St.